Ja, die war im Lager. Nee, draußen auf so einer Schienenkiste. Echt? Ich hab die doch getroffen. Ja, frag mich mal, wer die hier... Nur hier. Nee, das ist Eisen. Nee, ich hab direkt die Saphiren. Die brauch ich ja auch. Warum hast du alle? Das war vom Schmetterling, den ich umgebracht hab. Da hab ich zwei Saphire bekommen. Und da baust du einfach... Und da baust du... Und da baust du einfach Zeug, wo man hätte anderes Zeug bauen können. Nee, die Saphirsäge brauchen wir. Die brauchen wir? Ist wichtig. Wo hast du die? Hast du selber in der Hand, oder wie? Nein, die ist drüben im Lager. Ah, ja. Entweder oben oder unten. Ich hab ja alles... Oben bei mir ist nichts mehr in den Kisten. Äh, hier ist keiner mehr. Wir brauchen Saphirsäge. Guckt man Saphir her? Wie sieht ein Saphir aus? Wie sieht ein Saphir aus? Ich guck gerade... Rubin... Grün... Saphir haben wir... Saphir hab ich. Ich mach uns ne Säge. Wie sieht ein Saphir aus? Äh, blau. Blau wie ein Auge, so ein... Aber ist... Inneres auch blau. Vom Auge. Also hellblau und dunkelblau. Das gibt's doch gar nicht! Doch. Doch. Die ist hier, dieser Saphirsäge, hier unten. Was, du hast sie? Immer bei dir! Nein, unten. Wenn man was sucht. Unten. Weil ich doch Blöcke zurechtgesägt hab, stimmt deswegen. Ich komm zu dir. Schmeiß wir mal entgegen. Oh, das gibt's doch gar nicht. So. Tak. Tak. Ich weiß nur, ob der fuck mit dem Motor ist. Oh. Ne, Diamantsäge. Diamantsäge. Ich tu die Saphir wieder drüben ins Lager, ich muss Diamantsäge machen. Bist du hier noch bei mir? Nein. Ich bin jetzt im Lager. Ja, tu sie im Lager rein. Aber dort, wo man sie auch findet. Oh, Mann. Na, das ist bei dem Lager schwer. Jetzt hast du ein Problem, ich hab sie eingelagert. Irgendwo unten, allerdings oder was? Oh, was soll denn das heißt? Ja. Grün und Saphir, denke ich mal, das wird gut sein. Rubin, oder? Ne, mit Grönes. Ne, Diamant hab ich ja gesagt auch mal. Ja. Rubin. Na, was denn nun? Laci Laci La. Lapis Lazuli. Laci La. Lalu. Heiß da. Hebel wär doch hier besser. Wir haben keine Diamanten. Ich dachte, du hast vor uns welche gefunden. Ich hab Laci Lablidi. Uran. Laci Lablidi. Laci Lablidi. Saphiris. Rubine. Warte mal, jetzt kommen wir nochmal bei der Säge nach. Was ist da für Möglichkeiten hier gibt's mit der Säge? Diamanten. Diamanten. Diamanten-Block. Dann aus Diamanten. Diamanten. Wir brauchen bloß 2 dafür. 2 Diamanten. Ich dachte, du hast welche gefunden gehabt, hast du gesagt. Diamanten-Erz. Na klar, die hatte ich doch. Diamanten-Erze. Diamanten-Erze gibt's nicht. Oder? Na gut, diese Blöcke. Quarz. Die hatte ich ja alle dort in diesen komischen Massakriergerät reingetan. Und was kriegst du dann davon? Diamanten. Ich steck ja die Diamanten-Erze rein und krieg Diamanten zurück, angeblich. Laut. Laut? Ja unten. Fachexperten unten. Und das glaubst du ja. Ich weiß es immer. Geh weg hier du Fachexperte. Hol mich nicht an. Nischtes Sinne. Nischtes Sinne. Das ist alles schon durchgelaufen. Also Gold-Erz macht er nie und dieses Tankestor. Das werd ich mal beides mal hinschreiben. Und warum? Äh, was hat er nie durchgelassen? Dieses Gold-Erz und dieses Tankestor. Warum? Diese Bähne hier. Geh mal in die Kisten. Ja, ich glaub grade. Die Bähne hat er nie. Die waren verstoppt, aber ist nicht mehr hier drinnen. Äh, ja, aber warum? Das kann er bestimmt nicht schreddern. Denk denk ich. Weil das ist ja ein Schredder, also. Jaja, ist ja richtig. Wie mach ich denn das jetzt am besten? Ich brauch noch ne Bed-Box, das geht nirgends. Was machst du mit der Bed-Box? Speicher. Für oben, für unsere Drills, ist jetzt draußen jetzt dieser Generator. Schmel-Wass-Sammel-Tink. Sammel-Tink. Aha. Power-Future. Sag mal, wird das schon wieder dunkel? Ja. Plattenspieler plus Kreissäge ergibt Holz und Diamanten. Ne, ist das? Was nochmal? Was nochmal? Plattenspieler mit Kreissäge ergibt Holz und Diamanten. Alles klar. Das Gerät nennt sich Sammel. Aha, okay. So, guck. Das brauch ich auch noch Gummi. Warum ist das Loch in der Decke? Scharpbox. Scharpbox. Weißt du was hier alles gibt? Diamantenerz ergibt Diamanten. Ach ne. Ne, das ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Das glaub ich dir jetzt nicht. Ne, das ist so absurd, das glaub ich dir nicht. Ich hab das auch ein bisschen gesagt, aber es ist wirklich so. Also Fische haben wir jetzt auch, wenn wir mal Katzen locken wollen. Geht das auch? Gekochten Fische geht das, ne? Gebacken. GKR gebraten. Ne, ich hab die gekocht. So, ich muss mal jetzt... Ach so, das wollte ich ja basteln. Was du heißt basteln? Äh, hat einer zufällig mal ein bisschen Licht? Ja, wo bist du? Ich bin im Lager. Ich bin im Lager. Jetzt fällt mir das Holz schon wieder auf, ich könnte ja ausrasten. Machst du hinten Licht? Machst du hinten Licht? Machst du hinten noch eine Zwischendecke einziehen? Nö, wenn das jetzt nur jetzt das Lager... Du musst ja auch wieder rankommen, um das Zeug abzunehmen, was du brauchst. Ja, mal dann überlegen, ich überlege jetzt wegen Diamanten. Weil das eigentlich wichtig ist, was ich das brauchte. Also schlafen wir ja nie, sondern arbeiten gleich weiter durch. Ja. Alles okay, Zwischendecke? Nee. Gut, dann gebe ich mich mal in die Hölle des Löwens, oder das ein Werwolf, toll. Du machst nichts, das lieb. Hä? Das lieb, du musst doch nichts. Ich will euch hier verrecke. Ach, immer geht das. Ein Schaf? Tut der was? Was ist mit Schaf? Greift er mich an? Nein, warum sollte ich ein Schaf angreifen? Hat er schon Angst vor Schafen? Sven hat Angst vor Schafen. Sven hat Angst vor Schafen. Und das ist ein Wolf? Enderman? Fäden? 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 Warte mal. Wieso Fäden? So, ich renne jetzt mal vom Werwolf weg. Warum? Hast du Angst? Weil er mich angreift. Greift zurück. Geht sie? Ach so, ich bin schlecht bewacht. Ich bin schlecht bewacht. Schlimm ist das, weißt du das? Ja, ich mag die Viecher hier auch noch mal. Ich hab halt die Faxen dicke, weißt du das? Glaub ich dir. Ich brauch Holz. Ich brauch Holz. Ich brauch Holz. Ich brauch Holz. Komm dir selber holen. Gehst du hier raus? Zu den Ernsten Tüchern? Nein, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich brauch langsam mal wieder Holz. Ohne Mist jetzt. Ohne Mist jetzt. Ohne Mist jetzt. Das kann mir nicht schlecht helfen. Ich geh da nie raus. Die beißen mich alle. Du magst doch gebissen zu werden. Ne, ich weigere mich. Stell ich mich jetzt quer. Ich schlag den Dirk zusammen. Nein. Komm her. Der mag das. Also würd ich's nie tun. Wie mach ich denn das jetzt hier mit... Wie mach ich denn das jetzt hier mit... Oh... Mit diesen... Wir hatten hier die Tür weggerammt. Wo? Da oben war ne Tür drinne. Schade, da gab ne Tür drinne, ey. Da war die Tür drin, dann mit keine Viechern. Oh... War keine Tür. Ähm... Da ist der echten Bärwolf. Scheiße. Eheh... Eheh... Nein. Puh... Ach gut, da muss ich alleine gehen. Äh... Ja, mach das mal. Ich wollte gerade draußen was diesen Beatbox dran machen. Was ist ne Beatbox? Speicher. Naja, wenn jetzt Lava kurz durchläuft, dass der gleich gefüllt wird. Dass man die immer... Hab ich hier Kisten drinne? Ne. Ne. Warum ne? Weiß ich nicht. Echt? Wie kann man den umbringen? Geht das echt nie mit nem anderen Schwert? Außer... Du umson... Dirk. Umsonst hab ich hier nie ein Dings reingetan. Ein Holzschwert. Äh... Silbersch... Goldschwert, Mann. Dass du es dir rausnehmen kannst. Scheiße, helf mir bitte! Komm... Komm rein! Ich schaff's nie! Schieß das Ender ab! Warte! Warte, ich schnapp ihn hier! Warte! Warte, ich schnapp ihn hier! 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 Scheiße! Gut! Kommt alle rein! Draußen steht ein Feuerooger! Draußen steht ein Feuerooger! Draußen steht ein Feuerooger! Oder kommt hoch aufs Dach! Die kommen nie rein in die Dach! Bist du oben auf den Dach? Ey, das ist verpackt hier! Was ist denn hier los? F***! Svenny, ich hab schon gespannt! Ich auch! Warte, was denn? Laufen noch ein Stück? Okay... Drei... Zwei... Warte! Hast du noch? Ja! Drei... Zwei... Eins... Lass uns pennen jetzt, ey! Das ist doch ein Bester! Ey, das hat gepasst! Ja! Sah aus wie Aegis, ne? Ja, das hat gepasst! Ihhh, Dirk hat einen blauen Pimmel in der Hand! No, und! Geh mal raus, dein Zeug holen, Dirk! Ich bin doch nicht tot! Ach ne? Nein! War das nicht dein Zeug, was du draußen warg? Nö! Gut, hat der das verloren! Also mit meinem Frostschwert kann ich nie besiegen, hab's probiert! Geht nie! Ich hab das Goldschwert hier an der Decke an der Wand geschnappt! Du Lappen! Wir müssten das mal bald reparieren! Wir haben genug Gold, wir können uns ein neues bauen! Das stimmt ja, ja! Mach! Ähm! Reparier ja kein Goldzeug! Weißt du wie plump das ist? Kommst du jetzt auch mal? Ich häng das Schwert wieder dran! Ach so! Das sah schön aus! Ne, ähm! Reparier ja kein Goldzeug! Weißt du wie plump das ist, ey? Komm ins Bett jetzt hier! Bin ich! Halt das schon wieder aus ne Hand! Oh! Ich hab nicht! Kann man das Bett nicht mal drehen? Nein, das ist extra so gestellt! Hä? Ist doch noch die Tag? Hör auf! Iiiiih! Was ist da? Ich hab das gesehen! Geh weg! Oh ne! Iiiiih! Teebeutel! Teebeutel! Wo ist der? Teebeutel! 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 Ich geh ins Bett! Teebeutel! Da ging schon die Gusche nimmer auf! Geh nimmer ins Bett! … Ich geh ins Bett! War echt jetzt Tag? Nein! Warum stehst du schon? Nee! Machst du, oder? Teebeutel! Ne, jetzt vermuten wir in die Taaaag. Das ist immer jetzt Nacht hier. Leg dich mal hin, endlich. Was wollte ich denn jetzt da? Ja, einer rennt raus. Ja, guck mal, ob die Fadenpflanzen endlich groß sind. So, gut, dann kann ich weiter und abhauen gehen. So, und die Maschine ist jetzt für den Drill aufladen hier. Achso, das kann ich ja gleich machen. Warte mal, den muss ich bloß mal unten anmachen, weil die ist noch nie geladen. Die Lava. Also, muss ich bloß, deswegen habe ich die Beatbox daneben, dass es wieder ab Speicher ist. Ich nehme was mit Füttern mit runter. Tu das!